Wir beginnen heute ein weltweit einzigartiges Impfmonitoring in Europa, um in Echtzeit in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten, wie gut die Impfstoffe funktionieren. Maggie Keenan aus Nordirland ist die erste Person auf der Welt, die ganz regulär mit dem Corona-Impfstoff aus dem Hause Pfizer-BioNTech geimpft wird. What the fuck, man?